Yo, Newsflash! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Newsflash. Falls es euer erstes Video ist auf meinem Kanal, oder, keine Ahnung, euer fünftes oder sowas, abonniert gerne, freue ich mich drüber. Wir sind hier mit einer neuen Ausgabe Newsflash, wir reden über viele Neuigkeiten, ganz überraschend. Okay, der Draft liegt hinter uns und ich werde manchmal gefragt, kommen da Draft-Videos dazu noch, kommen da Draft-Noten? Natürlich werden die kommen. Ich habe geguckt, wie ich es letztes Jahr gemacht habe und ich dachte, ich hätte es anders gemacht, aber ich bin wirklich jede Division einzeln durchgegangen und so werde ich das wieder machen. Dauert aber natürlich ein bisschen und ich muss gucken, dass ich dann an dem Tag ordentlich Zeit habe dafür und so weiter und so fort. Also das wird kommen, aber denkt immer dran, Leute, wir haben keine Eile. Football geht erst wieder Richtung späten Sommer richtig los und bis dahin haben wir ganz, ganz viele Tage zu füllen. Also ich weiß, der Hype ist groß bei vielen von euch, die Videos werden kommen, keine Sorge. Wir bleiben beim Draft und Indianapolis First-Round-Rookie Quitty Pay, der erste Edge-Rusher, oder für mich der beste Edge-Rusher, nicht wirklich der erste Edge-Rusher, hat als erster Rookie-Spieler der ersten Runde jetzt seinen Vertrag unterschrieben. Und das wollte ich nochmal als Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, es gibt keine festen Slots, weil das manchmal Leute denken, wenn du First-Overall-Pick bist, verdienst du so und so viel. Wenn du Second-Overall-Pick bist, verdienst du so und so viel. Es gibt immer Richtlinien, das kommt natürlich auch auf die Positionen drauf an. Wenn ich Third-Overall-Pick bin und ich bin ein Safety, verdiene ich nicht so viel wie als Third-Overall-Pick-Quarterback. Logisch. So, also das ist nicht wirklich fest geslottet, man muss immer trotzdem noch mit dem Spieler verhandeln, was er kriegt und so weiter. Und da muss man auch immer dran denken, Verträge sind ja nicht einfach nur, oh, du kriegst so und so viel Geld über so und so viel Zeit. Da sind ja immer noch Bedingungen drin und Boni und so weiter und so fort. Deswegen, das ist alles nicht so einfach. Ging jetzt schon verhältnismäßig schnell bei Indianapolis und Quiddipay und die anderen First-Round-Rookies werden dann noch folgen, die Tage und Wochen. Ich nehme an, wir werden, falls wir im Newsflash nochmal über irgend sowas reden, höchstens drüber reden, dass, oh, der und der sind die einzigen, die noch nicht gesigned haben oder sowas. Das gibt es manchmal in einem Jahr, oder in manchen Jahren gibt es das, dass manche Prospects noch irgendwie ein bisschen länger brauchen zum Schluss hin. Gerade in so undefinierteren Bereichen, so Richtung Mitte, Ende der ersten Runde. Weil dann da noch ein bisschen was ausgearbeitet werden muss. Und manchmal kann man dann da eine Story draus machen. Also mal gucken. Ist die Aaron Rodgers Situation fixable? Also kriegt man das eventuell hin, das Verhältnis zwischen ihm und den Green Bay Packers oder beziehungsweise der Green Bay Packers Führung? Kriegt man das irgendwie hin, das wieder zu reparieren? Es kamen jetzt mehrere Leute, hauptsächlich ehemalige Packers Spieler, wo man sich auch fragen muss, sind die vielleicht zu parteiisch in der Situation, die gesagt haben, für sie ist es definitiv fixbar, definitiv reparierbar, reparabel, was auch immer. Aber ich kann das nicht einschätzen. Ich würde euch jetzt gerne sagen, uh, für mich nicht oder für mich doch, aber ich kann das einfach wirklich nicht einschätzen. Was ich aber einschätzen kann, ist, dass Terry Bradshaw ein absoluter Dummkopf ist. Denn er kam nämlich raus und hat unter anderem wegen der Situation oder hauptsächlich wegen der Situation Aaron Rodgers erstens dumm genannt und zweitens soft. Soft? Kann sein, auch das kann ich nicht einschätzen. Da würde ich Terry Bradshaw vermutlich eher noch vertrauen, weil er in der Liga gespielt hat. Das ist ein ehemals Quarterback gewesen, auch ein ziemlich guter und seitdem auch permanent in NFL-Medien drin. Aber Aaron Rodgers dumm zu nennen, gerade als Terry Bradshaw, der schon häufiger mal mit nicht so ganz so klugen Kommentaren aufgefallen ist, wo ich eigentlich auch der Meinung war, der hat sich damit abgefunden. Denn irgendwie wird ja immer so dargestellt, oh, wenn man nicht klug ist, ist das total schlimm. Finde ich persönlich überhaupt nicht. Ich finde nicht klug sein überhaupt nicht schlimm. Und ich habe eigentlich gedacht, Terry Bradshaw hat sich damit nicht abgefunden, aber wusste, dass er nicht besonders klug ist und war eben auch der Meinung, dass es nicht besonders schlimm ist. Sondern der war halt happy mit sich selber, habe ich immer gedacht. Was sich jetzt aber rausstellt ist, dass er einfach vor sich selber denkt, er ist mega klug. Denn Aaron Rodgers dumm zu nennen, ist wirklich eine ziemlich dreiste Sache. Denn ich glaube, jeder, der sich schon mal mehr als 5 Minuten Interview von Aaron Rodgers angeguckt hat, kann glaube ich sagen, dass der Typ definitiv einer der klügsten NFL-Spieler ist. Also ich will ihn jetzt gar nicht vergleichen mit anderen Quarterbacks, weil Quarterbacks theoretisch ja sowieso immer die klügeren Positionen sein sollten, stereotypisch gesehen. Oder stereotypisiert. Aber Aaron Rodgers ist wirklich klug. So, auch einfach vom Allgemeinwissen her, was da immer nach draußen durchkommt und sowas. Also das ist ernsthaft, wenn er ihn soft nennen will, von mir aus so, dann ist das vielleicht noch eine Meinungssache. Aber Aaron Rodgers dumm zu nennen, ist wirklich sehr hirnrissig. Und gerade wegen der Situation, gerade wenn er da von außen reinguckt und nicht genau weiß, was da passiert ist. Also das ist ein bisschen dämlich, Terry Bradshaw. Die Lions verlängern mit Center Frank Ragnow, der jetzt der bestbezahlte Center der Liga ist, der der am meisten Geld verdient. Der hat eine 4-Jahres-Verlängerung gekriegt, obwohl er noch 2 Jahre Vertrag sowieso hat. Heißt, steht jetzt unter Vertrag für die nächsten 6 Jahre. Die Verlängerung sind 13,5 Millionen pro Jahr ungefähr. Letztes Jahr war es, glaube ich, zwischen Corey Lindsley und Frank Ragnow, wer der beste Center der Liga ist. Jetzt ist Corey Lindsley weg, also von seinem alten Team. Und Frank Ragnow bleibt bei uns. Das ist der erste Vertrag nach seinem Rookie-Vertrag. War zwar ein First-Round-Rookie, aber trotzdem jetzt das erste Mal, dass er richtig, richtig Geld kriegt, sage ich mal. Klar, wir reden immer über NFL-Verhältnisse. Der war vorher schon Millionär, also er hat vorher schon richtig, richtig Geld gekriegt. Aber für NFL-Verhältnisse und vor allen Dingen für das Level, auf dem er gespielt hat, sehr, sehr gut. Also super für ihn, dass er quasi jetzt schon sicher hat, dass er Geld kriegt. Und gleichzeitig super für die Lions, denn ihr wisst, der Cap geht hoch. In zwei Jahren wird der bestbezahlte Center vermutlich nochmal mehr Geld verdienen. Egal, ob er dann zu dem Zeitpunkt besser ist oder ob Frank Ragnow spielerisch immer noch der beste Center ist. Also eigentlich eine Win-Win-Situation in meinen Augen. Unglaublich sympathischer Typ, das ist, glaube ich, so einer... Ich finde manche Lions-Spieler sympathisch und ich weiß gleichzeitig, dass man die nicht sympathisch finden kann. Weil die auf eine bestimmte Art sympathisch sind für mich. Ich glaube, Frank Ragnow ist einer von diesen Spielern, so ein bisschen wie ein Larry Fitzgerald zum Beispiel. Den kann man nicht unsympathisch finden. Für die meisten von euch wird es vermutlich einfach nur ein Name sein und ihr habt keinen Charakter dahinter. Das ist ja auch voll in Ordnung. Center von einem schlechten Team. Aber glaubt mal, das ist ein super sympathischer Typ und ich gönne ihm den Vertrag sehr. Hat sich Richard Sherman vielleicht verpokert? Ihr wisst, Anfang der Free Agency oder Ende der Saison, sagen wir mal, gab es dann Interviews mit Aaron Rodgers, äh mit Aaron Rodgers, mit Richard Sherman natürlich, in denen er gesagt hat, ja, ich merke schon hier Geldtechnische und so, die müssen den und den verlängern. Ich werde nicht zu den 49ers zurückkommen. Damals habe ich das interpretiert, als er weiß sehr genau, dass er irgendwo anders Angebote kriegt, wo er gerne hin möchte, wo er mehr Geld verdient als bei den 49ers. Jetzt hat er allerdings gesagt, er ist sowohl offen für eine Rückkehr nach Seattle als auch nach San Francisco. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so dahingesagt ist. Das kann natürlich auch immer sein. Oder ob es jetzt wirklich heißt, er hätte sich bessere Angebote erhofft, findet diese besseren Angebote nicht. Und für das bisschen mehr Geld, was er jetzt irgendwo verdienen würde, irgendwo anders als San Francisco, lohnt es sich nicht wegzugehen. Und deswegen überlegt er jetzt doch nach San Francisco zurückzukommen oder eventuell sogar nach Seattle zurückzugehen. Beides auf jeden Fall Optionen für Richard Sherman. Sehr interessant. Lasst mich mal wissen, angenommen, ihr seid kein Fan von einem der beiden Teams, wo würdet ihr ihn lieber sehen? Oder wo seht ihr ihn eher? Seattle oder San Francisco? Jedes Jahr wieder gibt es Spieler, die so ein bisschen sliden im Draft. Und einer der größten Draftslides dieses Jahr war Jeremiah Uosukuramo. Er hat aus der ersten Runde rausgefallen. Das ist das Höchste, was ich ihn so ab und an gemockt gesehen habe. War so, keine Ahnung, in Richtung 14, 13, 15, irgendwas in dem Bereich. Und am Ende ist er aus der ersten Runde komplett rausgefallen und auch in der zweiten Runde noch ein Stück geschlittert an mehreren Teams vorbei. Leider zum Beispiel an den Lions vorbei. Ich meine, Levi und unser Ricky finde ich sehr cool. Aber Jeremiah Uosukuramo war noch da mit unserem zweiten Rundenpick. Wir haben ihn nicht genommen. Er ist zu den Browns gefallen und jetzt kam ein bisschen raus, dass es wohl eine fragwürdige Situation gab mit seinem Herz. Dass es da eine medizinische Situation gab, wo viele Teams sich unsicher waren. Ist es jetzt wirklich was Bedeutendes oder nicht? Und das Risiko in der ersten Runde nicht eingehen wollten. Die Browns haben gedacht, wir gehen das Risiko ein. Haben seitdem gesagt, sie haben nochmal Untersuchungen gemacht und sowas. Und da gibt es kein Problem. Er ist komplett gesund. Und was mich mehr beruhigt, als die Tatsache, dass Jeremiah Uosukuramo selber von sich selbst gesagt hat, er hat noch nie Probleme mit seinem Herz gehabt und da gab es nichts, was irgendwie, keine Ahnung, zum Denken anregt oder so. Denn sowas heißt letztendlich nicht wirklich was. Man kann sich super gesund fühlen und hat die ganze Zeit irgendwas und auf einmal hast du einen Herzinfarkt und stirbst. Das kann jedem von uns passieren. Und es hätte halt sein können, dass sie bei Jeremiah Uosukuramo was festgestellt haben, was wirklich kritisch sein könnte in Zukunft, obwohl er sich super topfit fühlt. Dass die Browns jetzt gesagt haben, sie haben nochmal Untersuchungen angestellt, haben sich nochmal alte Akten von Notre Dame durchgelesen und sowas. Und da gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Das finde ich super. Weil Jeremiah Uosukuramo neben der Tatsache, dass er ein super Spieler auf dem Feld ist, auch ein super sympathischer Typ abseits vom Feld ist. Deswegen freut mich das natürlich, dass er gesund ist. Ärgert mich natürlich noch, dass er nicht bei den Lions ist. Aber ach, die Browns sind eigentlich ein ganz sympathisches Team, wa? Broncos Offensive Tackle Jawan James hat sich die Achillessehne gerissen beim Training. Allerdings nicht beim Broncos Training, also nicht auf dem Gelände der Broncos. Und laut dem CBA, also dem Collective Bargain Agreement, dem Tarifvertrag sozusagen, den es gibt zwischen der NFLPA, also der NFL Player Association, dem Spielerverband, der Gewerkschaft von den Spielern und der tatsächlichen NFL. Der neue Vertrag wurde ja quasi Anfang der Saison unterschrieben, Anfang der letzten Saison. Und darin ist belegt oder besagt, dass die Broncos ihm jetzt theoretisch nichts bezahlen müssen. Normalerweise bist du ja immer vertraglich ein bisschen abgesichert, dass dieses garantierte Geld, wenn du dich verletzt in einem Spiel oder im Training oder da da da. Wenn du dich jetzt aber in deiner eigenen Zeit verletzt, dann kann das Team theoretisch sagen, hättest du ja nicht machen müssen, was auch immer du da gemacht hast. Dumme Aktion, müssen wir dich nicht bezahlen. Da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden, passiert es beim Workout, passiert es beim Training, wenn du also versuchst, dich für dein Team, in dem Beispiel für die Broncos, zu verbessern. Oder passiert es bei irgendeiner Freizeitaktivität? Bist du zum Beispiel Bungee-Springen gegangen, über einem Fluss das Seil ist gerissen und du bist beim Aufs-Wasser-Fallen, hast dir Knöchel gebrochen oder sowas? Das wäre natürlich ein bisschen dumm und unnötig. Oder verletzt dich beim Paintball-Spielen, wie in Ballers zum Beispiel. Wem das was sagt? Shoutout. Ich habe ewig nicht mehr Ballers geguckt, aber die war geil. Ich habe die damals geguckt, als die neu rausgekommen sind, die folgen immer. Da war ich, glaube ich, in Neuseeland gerade. Ja, dann ist das natürlich eine andere Sache. So, es ist jetzt anscheinend passiert, ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Video für gibt oder ob er gesagt hat, dass es beim Training passiert, denn das ist auch immer noch die Frage, wenn er dann sagt, dass es beim Training passiert und eigentlich ist es passiert, als er, keine Ahnung, was ganz anderes gemacht hat, was dummes, Sackhüpfen oder so. Aber ja, wenn es wirklich beim Training passiert, ist das natürlich mega ärgerlich für ihn. Ich habe jetzt schon mehrere Meinungen gehört, unter anderem, glaube ich, Pat McAfee, der gesagt hat, er denkt, die Broncos werden ihn bezahlen, gerade in der Corona-Situation. Ich hoffe, sie bezahlen ihn. Ja, ich hoffe, sie bezahlen ihn. Zum Abschluss vom Newsflash nochmal ein dickes Dankeschön an euch alle, die hier gerade das Video guckt. Auch wenn ihr jetzt schon wegschaltet, trotzdem nochmal Danke kurz. Danke, wenn ihr ein Like da lasst. Das wäre der nächste Schritt, der mir nochmal einen Ticken weiterhilft. Danke, wenn ihr abonniert habt. Das hilft nochmal einen Ticken mehr weiter und das reicht eigentlich schon. Aber die, die nochmal den Extraschritt gehen, sind dann meine Mitglieder. In allen drei Leveln weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Natürlich ein extra Shoutout an die Mitglieder am allerhöchsten Level. Und das sind Football Dresden, Shreddiest, Samu San, Matthias, Fischer, Sven, Joshua E., Venno DC, Kurt Nessner, Jan Heyer, Stefan Grunder, TJ Ryan, GGT, ihr kennt ihn als Lukas, Paul Seinschannel, Blindage91, Steve Arizona, Nick for OBJ, Jackson Nation Austria, Max Ambitious, Marcel Goffelkens, Jonas Eberleih, Leon Schulz, Nacho Out, Levin Faust. Marcel, Jets Army, dann Kanallegende, Window 2, Yankee Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob Seox, Mirko, Christian Rieckert is pretty as, und Hannes Walder. Vielen Dank für euren Support, Jungs. Nochmal, ich habe es am Anfang häufiger gesagt, jetzt die ganze letzte Zeit nicht. Wenn ich euren Namen hier vorlese, euren Kanalnamen, und ihr hättet gerne, dass es anders vorgelesen wird, zum Beispiel wie bei Mirko Dinho, der hat mir geschrieben, war früher ein Admin für mich bei meiner einen Franchise, hat mir gesagt, ey, Mirko reicht komplett, dann schreibt mir das einfach auf Instagram oder so. Also, es kann sein, dass ich ein paar Mal brauche, bis ich dran denke, aber ich werde es auf jeden Fall probieren, falls ihr wollt, dass ich was anderes vorlese. Alles klar, das war es mit dem News Live, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst oder abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt, und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.